Fritz Wepper, 82, war kurz vor seinem Tod noch im Zirkus Fritz Wepper, Kreuz 82, ist vor wenigen Tagen friedlich in einem Münchner Hospiz verstorben. Kurz vor seinem Tod erfüllte ihm seine Frau Susanne Kellermann noch einen Herzenswunsch, sie brachte ihn zusammen mit seiner Tochter Philippa und seiner um Himmels Willen Kollegin Janina Hartwig, 62, in den Zirkus. Wie Bild berichtet, machte sich das Quartett am Freitag auf den Weg in seinen geliebten Zirkuskrone. Dort besuchten sie den zweiten Teil der Nachmittagsvorstellung. Auf Bildern ist zu sehen, wie Happy die Vier in die Kamera strahlen. Er hatte sich seit Tagen unglaublich darauf gefreut. Der Zirkuskrone bedeutete ihm die Welt für ihn. Er war zum ersten Mal mit fünf Jahren dort, verrät seine Ehefrau gegenüber dem Portal. Und dieser letzte Wunsch hat dem Mord in bester Gesellschaft Darsteller wohl alles bedeutet. Fritz konnte den Tag mit allen Sinnen aufnehmen. Die typischen Gerüche, den Geschmack von Popcorn und Cola. Er liebte immer die große Löwennummer von Zirkusdirektor Morton Lacey Jr. Der stellte sich am Ende der Nummer direkt vor Fritz, streckte seine Arme in seine Richtung, als würde er sagen, das war für dich, Fritz. Dieser Augenblick hat sich in mein Herz gebrannt. Eine unglaublich große Geste, erzählt Susanne weiter. Zum Schluss habe Fritz sogar noch verpackte Haare von seinem Patenlöwen Elvis bekommen. Bis zu seinem Tod wurde der Schauspieler in einem Hospiz gepflegt. Aufgrund von mehreren gesundheitlichen Rückschlägen konnte Fritz nicht mehr zu Hause bei seiner Frau Susanne und Tochter Philippa bleiben. Denn erst vor wenigen Wochen hatte der Serienstar eine Sepsis erlitten. Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder, erklärte Susanne und ergänzte, dass er diese Blutvergiftung beinahe nicht überlebt hätte. Es hatte sich zusätzlich seine künstliche Herzklappe entzündet. Vielen Dank. Vielen Dank.